Setze deine Augen effektvoll in Szene und verwandle dein Zuhause in einen Beauty-Salon. Mit dem Beauty-Lash Sensitive Färbeset kannst du in nur 3 Minuten deine Wimpern und Augenbrauen einfach und sanft färben. Die Farbe basiert auf Pflanzenstoffen und ist besonders gut verträglich. Erst die Färbung bringt deine Wimpern in ihrer vollen Länge zur Geltung. Sie schenkt Volumen und einen schönen Glanz. Die Augenbrauen erhalten eine klare Kontur und werden so zum perfekten Rahmen für dein Gesicht. Das Beauty-Lash Sensitive Färbeset reicht für 8 Anwendungen. Die Färbung ist wisch- und wasserfest und hält bis zu 6 Wochen. So bist du in jeder Situation top gestylt – auch ohne Make-up. Das Set gibt es in 4 Farbtönen – hell, mittel, dunkelbraun und schwarz. Dadurch kannst du deine Wimpern und Augenbrauen perfekt an deine Haarfarbe anpassen. Falls du Kontaktlinsen trägst, entferne sie vor der Anwendung. Reinige danach deine Wimpern und Augenbrauen mit einem ölfreien Augen-Make-up-Entferner. Dann nimmst du zwei Wimpernblättchen aus der Verpackung und trägst auf der rauen Unterseite etwas fetthaltige Creme auf. Nun drückst du die Wimpernblättchen sanft unter den Wimpern an, um zu vermeiden, dass die Haut dort angefärbt wird. Die restliche Haut schützt du, indem du auch auf dem Uberlid Creme aufträgst. Nun drückst du eine erbsengroße Menge Color-Gel in die Färbetasse. Wir verwenden Schwarz für die Wimpern. Mit der Bürste trägst du das Gel bei offenen Augen wie Mascara auf. Die Härchen müssen immer vollständig vom Ansatz bis zur Spitze bedeckt sein. Das Color-Gel zwei Minuten einwirken lassen. Mit einem trockenen Wattestäbchen kannst du jetzt das Color-Gel so gründlich wie möglich entfernen. Achte dabei darauf, dass die Wimpernblättchen nicht verrutschen. Jetzt drückst du eine erbsengroße Menge des Developer-Gels in die zweite Öffnung. Mit dem grauen Färbestäbchen kannst du nun das Gel auftragen. Arbeite dabei präzise, damit du die Haut nicht anfärbst. Das Developer-Gel eine Minute einwirken lassen. Falls du dir ein intensiveres Farbergebnis wünschst, kannst du das Color-Gel auch bis zu acht Minuten und das Developer-Gel bis zu vier Minuten einwirken lassen. Jetzt entfernst du die Schutzblättchen und reinigst die Wimpern mit einem feuchten Wattepad. Trage etwas fethaltige Creme rund um die Augenbrauen auf, damit die Haut nicht angefärbt wird. Nun trägst du auch hier eine erbsengroße Menge der gewünschten Farbe mit dem Bürstchen in Richtung des Haarwuchses auf. Wir verwenden Mittelbrauen. Das Color-Gel zwei Minuten einwirken lassen. Mit einem trockenen Wattestäbchen entfernst du nach der Einwirkzeit das Color-Gel. Trage jetzt dieselbe Menge Developer-Gel mit dem grauen Färbestäbchen auf. Arbeite auch hier besonders genau und streiche nicht über deine Augenbrauenform hinaus. Das Developer-Gel eine Minute einwirken lassen. Zum Schluss entfernst du das Developer-Gel ganz einfach mit einem feuchten Wattepad. Nun sind deine Wimpern und Augenbrauen dauerhaft gefärbt und die Augen wunderschön betont. Probiere auch die Zusatzprodukte von Beauty Lash. Beauty Lash bietet alles, was du für den perfekten Augenaufschlag benötigst.